So, da sind wir wieder und herzlich willkommen zurück an Bord der Argonischen Maid. Ich habe die Charakterumstellung jetzt mal wieder gemacht, weil wir komischerweise in der letzten Folge als Frau gespielt hatten. Und den kriegen wir nicht mehr. Super. Wir packen da nochmal eine Platte rein. Und dann... Ich frage mich gerade, was das war. Dann können wir hier jetzt weiter ausbauen. Beziehungsweise hier brauchen wir den kleinen. Nochmal, so. Ah, uns fehlen die Nägel. Die müssen wir nochmal aus der Kiste holen. Ne, nicht den Bolzen. Die Nägel hier. Wir haben aber auch keinen Schrott mehr. So gut liegt gar keins. Das heißt, viel können wir jetzt nicht bauen. So, komm. Ja. Dann können wir hier jetzt mal mit den Plattenarbeitern... So, dann machen wir... Hallo, hier. So. Ah, ich fände es schön, wenn der auch richtig andocken würde. Und das war's. Mehr können wir nicht mehr bauen. Super. Weil kein Holz mehr. Wie schnell Holz auch weg geht. Wo müssen wir überhaupt hin? Da lang. Nee, diese Richtung. So. Wir müssen aber jetzt auch mal wieder was essen. Und was trinken gleich. Okay, der braucht keine Planken gerade. Ah, geil. Gartes Fleisch. Wir können aber jetzt auch mal so eine Wassermelone snacken. Oder ein paar mehr. Oh, da kommt wieder eine kleine Insel. Warte. Da wollen wir hin. Und da sind wieder ein paar Bäume. Das heißt, die können wir auch noch fällen. Ah, ich hab so ein Gefühl, ich schwimme gleich dran vorbei. Wollen wir ja so machen. Beziehungsweise, ich muss mal schauen. Ich hatte irgendwo einen Plan gehabt, wie ich das aufbauen wollte. Ich ne? So, ich hab wieder den Notizblock hier rausgeholt. Muss jetzt einmal kurz durchblättern, wo ich den hingetan hatte. Hier. So, den packe ich auch mal vor mir. Dann weiß ich ungefähr noch, wie ich das hier aufgebaut haben wollte. Aua. Bin jetzt mit dem Knie gegen den Tisch gestoßen. Kommen wir da überhaupt hin? Ich hab nicht so das Gefühl, dass wir wirklich näher kommen. Und dass hier auch kein Müll mehr angeschwommen kommt. Ja, komm. So. Ich will da drauf. Warte mal. Wir können doch zumindest... Ah, hier bräuchten wir auch nochmal so einen. Hier nochmal einen so. Dann hier nochmal so einen. Da. Okay. Ich freu mich, wenn das hier fertig wird. Wirklich. Zumindest die Etage. Dann heißt das mit dem allem, müssen wir einmal nach oben dann umziehen. Und wir müssen auch mal schauen, wie wir das dann hier genau machen mit dem... Wir hätten den hier genommen gehabt, oder? Mit dem. Ah, ich muss hier erstmal... So wird es aussehen. Okay. Wir brauchen aber hier erstmal so eine kleine Wand. Nochmal hier. Machen wir den erstmal. Dann können wir... Wo waren das? Hier. Können wir den nochmal hier hin machen. Wir entfernen uns von dem. Wir kommen definitiv nicht näher. Dann egal. Dann ist es egal, wenn wir da nicht näher hinkommen. Dann gehen wir erstmal mit dem Wind. Mit der Strömung. Finde ich jetzt schade, aber... Naja, können wir jetzt nicht ändern. Warum ist die Musik aber auch wieder so wenig? So, wir packen... Wir können die Kartoffeln fressen. Packen wir das wieder da rein. Und die Pilze können wir braten. Packen wir mal die Pilze drauf. Können wir nicht braten. Aber die können wir so essen, oder? Wenn jetzt irgendwelche Halluzinogene passieren... Ich würde übelst feiern. Sagt man das überhaupt auch so Halluzinogene passieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade wirklich nicht. Ich bin jetzt aber echt enttäuscht, dass wir nicht auf die Insel da gehen konnten. Aber immerhin kriegen wir wieder die Müllströmung. Können wir gleich wieder ein bisschen bauen. Wir brauchen die Fässer auf jeden Fall. Denn wir müssen hier ja ausbauen, damit wir nach oben können. So, den Fässer kriegen wir auf jeden Fall. Und... Ja, nice. Alter, gleich da hinten. Vier Fässer. Boah. Vier Fässer. Den nehmen wir auch mit. Dann haben wir wenigstens drei Holz. Da, vier. Vier Planken. Und es wird wieder dunkel. Ah, da hinten links ist noch einer. Nice. Den haben wir. So, kriegen wir den. Nein, wir müssen noch ein bisschen näher. In die Richtung. Komm schon. Ich will den haben. Ja. Und... Nochmal so. Ja, wir haben beide. Wir haben beide erwischt. Ah, und da kommt noch einer. Ah, und die Musik geht wieder weiter. Da hinten ist sogar eine Kiste. Nochmal zwei Fässer und eine Kiste. Komm schon. Ja, wir haben aber auch ganz schön viele... Vier Dekorationspakete wiederbekommen. Yo. Jetzt übertreiben die das mit den Fässern. Ich hoffe, das reicht aus, um da hinzukommen. Um den da zu erwischen. Äh... Könnte... Könnte knapp werden. Gehen wir lieber... Ein bisschen hier hin. Ah, die Palme schmeißen wir gleich weg. Und wir schnappen uns den hier. Den kriegen wir hoffentlich gleich auch noch. Boah, wie schnell ist hier immer dunkel, wie er wirklich. Yo, gleich packen wir mal die ganzen Geschenke aus. Dekorationsdinger da. Boah, wie geil der Mond aussieht. Hm? Achso, ich hab ne Planke dran. Jetzt müssen wir aber da hin. Weil wir wollen die Kiste da haben. Aber in der Zeit können wir jetzt mal die Dinger hier auspacken. Die schmeißen wir weg. Achso. Ich muss auch I drücken. Weg mit euch. Ein Papierstapel. Nice. Hä? Was haben wir jetzt bekommen? Auch nichts. Hä? Die vier Stück waren einfach leer. Ja, das geht doch nicht. So, wir fressen noch mal ein paar Kartoffeln. Und dann wollen wir was trinken. Und dann wollen wir was trinken. Wie viel Holz haben wir jetzt? Wie viel Holz haben wir jetzt? Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit jetzt nach rechts abgedriftet. Ah, doch, ein bisschen weiter jetzt da hin. Komm schon, noch ein bisschen. Komm schon, noch ein bisschen. Ein kleines bisschen, komm. So, das müsste reichen. Na, komm. Ja, wir haben alles. Rezept, einfaches Smoothie. Können wir aktuell leider nichts mit anfangen. Wir haben aber ein Scharnier bekommen. Und dann nochmal acht Plastik. Und noch ein paar Kartoffeln. Nice. Können wir hier nochmal ein paar Planken rein. Und können das und das hier auch mal brutzeln. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt noch hinbauen können. Also, den wollten wir. Boah, wir gehen da mal lieber hoch. Ah, ne, komm. Höher, nicht runterfallen. So, und so. Dann brauchen wir jetzt diese halben Dinger hier. Also, das sind die falschen. Die. Ähm. Nein. Wiegeln, genau. So, und. So. Ach, ne, uns fehlen noch drei. Dreimal Holz fehlt uns noch. Ähm. Wir müssen jetzt wieder in die Richtung. Dann wir wieder in den Müllstrom kommen, damit wir dich hier fertig machen können. So. Aber das gefällt mir schon, dass hier jetzt ein bisschen was ist. Das ist schon nice, finde ich. Ah, dahin kommt schon der Müll wieder. Wir müssen eigentlich hier ein paar dieser Dinger mal entfernen und da diese Auffangnetze hinbauen. Dann haben wir nicht mehr selber uns mit dem Haken hier drum kümmern müssen. Dann ist wieder eine Insel. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr dran. Aber ich glaube, dass mit dem Haken, äh, ich meine mit Netzen, das machen wir vielleicht, wenn wir erstmal alles schon mal nach oben transportiert haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich, äh, vor einem Monat gesagt hatte, wie wir das genau jetzt machen werden. Ich habe, das einzige, was ich hier jetzt habe, was ich noch weiß, ist, äh, der Bauplan. Der, äh, der grobe Bauplan. So. Ist weg. Können eigentlich die Scharniere und die Bolzen mal wieder hier einlagern. So. Wo haben wir die? Dann haben wir hier wieder fünf. Die lassen wir hier. Da ist Scharnier. Die packen wir mal hier mit zu. Steine brauchen wir auch nicht mehr so viele. Können wir dann... So. Wieder aufs offene Meer rauslassen. Dann haben wir wieder eine große Insel. Wahrscheinlich wieder mit einem großen Vogel. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Beziehungsweise, ich kann hier... Ich sehe jetzt nicht, wie rum das ist. Nein, den wollen wir gespiegelt haben. Genau. Dann haben wir die Seite zumindest schon mal fertig. Und das selbe Spiel noch mal da und dann hier in der Mitte. Wollen wir auf die Insel? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe... So die Befürchtung, da ist wieder so ein Riesenvogel, das uns einfach nur kaputt machen will. Na, aber wir könnten ein bisschen beidrehen, weil da hinten habe ich auch noch eine Kiste gesehen. Dass wir auch möglichst alles erwischen, was wir hier gleich brauchen. Komm schon. Jo, den Fass haben wir. Ah, wir haben wieder Seil. Nice. Ich weiß nicht, wie viel Seil wir jetzt mittlerweile haben. Ach nee, komm. Komm, das mache ich jetzt richtig. Wo ist denn die Kiste? Da ist die. Wir haben aber auch gerade aktuell richtig hohen Wellengang, finde ich. Komm schon, den will ich haben, ja? Ja, nice. Nice. Ah, geil. Wieder so viel Schrott. Plastik brauchen wir erstmal nicht. Nee, wir wollten jetzt wieder auf die hier gehen. Ah, wir können erstmal nur einen machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt dahin gehen soll, aber wir sind jetzt eh quasi schon dran vorbei. Ich würde aber sagen, wir brauchen später hier eine Treppe hin. So wollen wir Treppen hier. Dafür bräuchten wir acht. Hä? Ich dachte schon, der hat irgendwo wieder was gefunden, wo er reinbeißen kann. Der Boris. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Ja, wir kriegen den. Den nehmen wir auch noch mit. Und? Kriegen wir den auch noch? Ja, nice. Oh, wir haben genug für die Treppe. Ähm. Drehen. Genau, dass wir die dann hier haben. Das wir dann ab hier hoch können. Zumindest vom Schiffskeller, sage ich jetzt mal. In den Erdgeschoss des Schiffs. Wo die ganzen, äh, Kajüten und so weiter sein sollen. Und wo gekocht wird. Und dann können wir eigentlich hier vier Stück und auf der Seite auch noch mal vier Stück äh, mit Netzen auskleiden. Ich glaube, dann wäre es sinnvoller, wenn wir hier zuerst hier das hier machen, dass wir dann hoch können, ohne große Komplikationen. Ja, ich glaube, macht das erst mal Sinn, wenn wir hier hier vorne das erst mal ausbauen. So, kriegen wir den da? Ich hoffe. Den müssten wir kriegen, oder? Nein. Daneben gezielt. Aber jetzt haben wir den. Jetzt brauchen wir den da. Ja, nice. Profi-Angler sind wir. Ah, nice. Okay, dann machen wir hier schon mal den. Dann können wir hier zumindest schon mal hoch. Ah, und wir haben schon wieder Durst. Warum verdursten wir hier immer so? Kraft ist nicht. Oh, hier können die Rezepte reinpacken. Total vergessen, dass wir hier Rezept haben. Eine Farbmügel. Baupläne, okay. Erstmal wieder Wasser. Und holen wir uns den da. Ah, geil, wir schwimmen jetzt auf die Insel dazu. Und den haben wir erwischt. Fünf Planken. Können wir die nächste hier hinbauen? Ne, können wir noch nicht. Eine Planke fehlt uns noch. Ah, okay, da können wir nicht hinbauen. Vielleicht so dann, wenn wir jetzt hier hinbauen können. Vielleicht. Ansonsten müssten wir hier von da nach hier hin auch nochmal solche Balken hinziehen. Ah, da ist eine Kiste. Und hier ist ein Fass. Und da ist der Boris. So, wir wollen auf die Insel. Die da zumindest. Weil da können wir nochmal ein bisschen Holz hacken. Und kriegen wir die Kiste? Ja, nice. Und den da auch noch. Komm schon. Ja. Geil. Oder könnten wir jetzt hier. Ne, können wir nicht. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich rechte Maustaste Block auswählen. Wir müssen das tatsächlich so machen. Eins. Und hier können wir... Ah, wir haben keine... Keine Schrauben mehr. Okay. Keine Nägel meine ich. Da ist die Insel. Hallo. Insel. Die beiden holen wir uns gleich noch. Wir wollen jetzt auf die Insel. Beziehungsweise hier die noch eben. Schnell. So und so. Und Anker werfen. Den müssten wir jetzt kriegen können, oder? Nice. Wenn wir den hier jetzt fertig machen hier. Nein, können wir nicht. Okay, egal. Dann gehen wir hier. Hier mal an Land. So, Wassermelone. Ah, die Palmenblätter. Können wir wegschmeißen. Wirklich. Wann, was soll ich mit so vielen Palmenblättern? Ananas. Ananas, Samen. Ananas. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Palmenblatt. Wassermelonsamen. Ananas, Samen. Ananas. Da haben wir sie. Und nochmal Ananas. Hier nochmal eine Palme. Die nehmen wir mit. Sonst gibt es hier glaube ich keine Bäume mehr. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle ist, wo kriegen wir hier die Dingens hier, die Titanbarn her. Ah, nice, aber wir können jetzt da oben ein bisschen vollständiger machen. Oh, da haben wir auch nochmal wieder ein Fass. Den müssten wir auch noch irgendwie kriegen. Und? Oh nein, den schaffen wir so nicht. Vielleicht noch mehr zielen. Ja, wir sind hinter dem, genau. Nice. Und? Reicht das wieder? Ja, das reicht. Nice. So, ich will hier hin. Hallo. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.